hallo und willkommen zu diesem video heute möchte ich dir erklären was latz beziehungsweise 3d latz sind wo du so her bekommst und wie du sie in dark table nutzen kannst vorab die frage braucht man das unbedingt unbedingt nicht nein nur hatte ich ja bereits in dem video zum thema nutze von jpeg bildern gesagt beziehungsweise auch zwischendrin immer mal wieder erwähnt warum und weshalb ich jpeg nutze beziehungsweise jpeg bilder mehr nutze schenke und mit den 3d latz besteht eine weitere möglichkeit den jpeg bildern oder den bildern egal ob raw oder jpeg den gewissen pfiff mitzugeben grundsätzlich ist es aber eine reine geschmackssache ist nichts was man unbedingt nutzen muss latz sind was anderes wie styles oder stile in dark table styles sind das was in andere programme presets genannt wird in meinem video zum thema stile habe ich ja bereits erklärt was das ist wie man sie in dark table einbinden kann beziehungsweise woher man sie bekommen kann wie man sie selbst erstellt und auch eben wie man sie anwenden kann von daher gehe ich auf stile nicht ein latz bedeutet ausgesprochen look up table beziehungsweise farb look up tabelle und es wird eigentlich für die farbkorrektur oder für filmsimulationen verwendet beziehungsweise dort genutzt und dabei werden rgb werte mit hilfe einer 3d lat datei transformiert ganz einfach ausgedrückt aus einer farbe wie zum beispiel rot macht man orange das wirklich nur als ganz einfaches beispiel worum es dabei geht eine 3d lat ist eine dreidimensionale tabelle die es möglich macht jeden rgb wert in einen andere rgb wert zu transformieren oder umzuwandeln wenn man von 3d lat spricht gibt es natürlich auch 1d lat es wird jetzt aber zu weit führe dass hier alles zu erklären und auch zu erklären was da an berechnung dahinter steckt und großartig interessiere wird sich dafür wahrscheinlich niemand man ganz nebenbei die berechnung selbst es interessiert mich auch nicht ich habe aber in der video beschreibung ein link zu einer seite eingetragen auf der das alles sehr gut erklärt wird eben für diejenige die mehr darüber erfahren wollen dann schauen wir uns mal dieses 3d lat modul an einfach mal hier auf dem bild also ich habe bei denen bilder sind alle selbst gemacht ich habe sowohl wie auch jpeg bilder sitzt egal wir fangen wir mit einem jpeg an und zwar gibt es hier also man spricht von 3d lat hier in dark table heißt lat 3d in der dokumentation zu dark table steht dann wieder 3d lat also es ist wohl beides richtig ich habe ein menü angepasst dass ich das immer da habe wenn du es nicht sehen sollte es gibt es einfach mal 3d in der suche ein oder lat und dann findest du das modul wenn man das modul anschaltet macht es erst mal gar nichts also wenn man es öffnet oder so denn es erwartet zunächst erst mal irgendeine lat datei die es lade kann also besorgen uns erst mal solche lat datei oder kurz latz so dazu habe ich mal eine suchmaschine aufgemacht es gibt im internet viele kostenlose latz zum download man muss eigentlich nur danach suche aber wenn man jetzt bei einer suchmaschine die google zum beispiel nur latz angibt kommt man auf lower urinary tract symptom symptome des unteren harntraktes interessiert uns nicht also sollte schon dar table noch dabei stehen und dann findet man da auch was ich setze unter in die video beschreibung links wo man diese latz auch herbe kommt man kann nach oren 1 und latz suche oder man geht eben direkt auf die seite von oren 1 kommen wer mal hier auf dieser seite geht über fri fri präsent und latz jetzt kann man sich das hier raussuchen hier unter free latz da steht jetzt für lightroom photoshop bla 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 die funktioniere auch unter dat table es gibt hier eine beschreibung zu den latz man kann sich aber auch das gesamte paket hier einfach runterladen und muss lediglich seine e mail adresse das land eingeben und ja wann man das oren 1 raw nutzen will maybe later ist also kein problem dann kann man diese datei runterladen ok wenn du die datei runtergeladen hast entpackst du sie also die kommt als zip file und dann ja legst du die irgendwo ab ich hatte vorhin ja gesagt das modul braucht irgendwelche lat dateien das ist nicht ganz korrekt denn dark table kann nur was mit dateien in formate cube 3dl oder png was anfangen und in dem paket das du soeben runtergeladen hast brauchen wir nur die cube files da ist noch mehr drin sache für mac sache für lightroom kann man löschen kannst es aber alles so zusammen lassen ganz wie es dir gefällt noch was wenn man solche latz auf fotos anwendet dann funktioniert es nur so lange wie die lat datei existiert damit meine ich wenn du die latz löscht und sie sind auf bilder angewendet dann fehlen sie danach also muss man die lat datei immer schön mit dark table mit sichern das nur so nebenbei erwähnt aus dem grund habe ich mir die latz im dark table verzeichnis abgelegt und zwar eben unter linux.config dark table da habe ich mir ein verzeichnis gemacht latz da habe ich die reingelegt also on1 latz das sind die wo man gerade runtergeladen habe ich habe alles was man nicht braucht im prinzip gelöscht so und wenn man jetzt hier diese cube files mal hat kann man die ganz normal mit einem text editor aufmacher für den was interessiert im prinzip ist es einfach nur eine riesen zahle folge die es da gibt und ja ist eigentlich schön zu sehen was in dieser datei passiert beziehungsweise was da drin steht ob es den sinn macht dass man das wissen muss wenn man es mal gesehen hat denke ich ist es in ordnung noch was was teilweise interessant ist nicht immer in den files aber drin steht mit was für einem profil das erstellt wurde ja dazu komme ich aber gleich noch wie gesagt bei mir liegen die latz im dark table verzeichnis drin und wenn ich das dark table verzeichnis sichere sind die latz eben automatisch mit dabei dann gehen wir wieder zurück zu dark table so hier sind wir wieder und jetzt müssen wir noch dark table sagen wo diese latz zu finden sind und zwar in der voreinstellung unter bearbeitung gibt es hier 3d lat verzeichnis das steht standard mäßig glaube ich einfach auf dem home verzeichnis und man sucht sich dann eben entsprechend raus wo das liegt also bei mir unter config dark table latz öffnen das ist alles das übernimmt er sofort unter windows verhält sich das alles gleich man muss dark table beim ersten mal neu starten sonst kennt das nicht bei mir ist es ja noch drin hier wenn ich drauf gehe springt er direkt in das verzeichnis rein ansonsten wenn sich das verzeichnis geändert hat dark table einfach mal neu starten dann hat er das sobald man hier auf das ordner symbol drauf geht was ich noch sagen wollte unter windows verhält sich das alles gleich allerdings ist das dark table verzeichnis unter app data zu finden im video zum thema datensicherung von dark table habe ich ja gezeigt wo die wo das dark table verzeichnis sitzt und wo das alles zu finden ist so und dann nimmt man eben ein foto her klickt auf dieses ordner symbol einmal drauf und landet dann im platz ordner o in 1 das sind die die man gerade runter geladen hat beziehungsweise die verzeichnisse die darin enthalte sind und jetzt wählt man einfach so eine datei aus zack und dann verändert sich das wenn es mir nicht gefällt klicke ich einfach hier auf den auf den name der cube datei und wähle mir ein zweites aus oder einfach ein anderes ganz so wie es mir gefällt ja das vielleicht wäre ganz gut was man jetzt noch machen kann ist eine einheitliche maske und sage die deckkraft fahr mal etwas zurück wenn es einem zu viel war aber mir gefällt es so ich würde das jetzt so lassen und dann gibt es eben noch diese zwei punkte anwendungsfarbraum und interpol interpolationsverfahren das interpolationsverfahren betrifft die berechnung der ausgangsfarbe und zwar wenn die eingangsfarbe nicht genau auf dem knotepunkt des rgb würfels liege also wie das zu berechnen ist so heißt es in der dokumentation kurz und schmerzlos das ist eigentlich uninteressant weil es macht keinen sichtbaren unterschied was man hier angibt ja also da passiert nichts das lässt mir erst mal weg beim anwendungsfarbraum da geht es darum auf welchen farbraum hin diese 3d lat datei erstellt wurde das ist das was ich gerade vorhin noch gezeigt habe in diesem cube file drin mit welchem farb profil beziehungsweise auf welchen farbraum das geht jetzt gibt es hier srgb so steht im standard adobe rgb sehr viele sind auf direkt 709 hin gebaut da probiert man einfach mal aus was am besten rauskommt also wenn man hier noch mal hier tut es jetzt nicht viel schwarz weiß ist es wird mit der farbe nachher besser sein gehen einfach mal noch auf ein anderes bild das hier vielleicht wähle ich das noch mal aus da gehen wir mal cinematik da sieht man doch schon ein ziemlicher unterschied wie gesagt das sind fertige jpegs wenn man jetzt hier mal den farbraum ändert eben die wurde über adobe das über ein adobe produkt gebaut und dann könnte man auch den adobe farbraum auswählen so das wäre es zum beispiel können wir hier noch her gehen machen wir hier mal landscape landscape grünlicher also sind sehr interessante sache dabei wie gesagt kann ausprobieren kann hier mit der deckkraft doch umspielen noch den farbraum noch mal so und das ganze funktioniert funktioniert natürlich auch auf die raw files ja mal diese cinematik die finde ich einfach klasse das hier kommt gut vielleicht so oder doch richtig kräftig ja das knallt so richtig nicht der schrecke wegen der vignette das kam von dem analoge objektiv das ich da drauf hatte und so kannst du einfach mit deinen bildern ziemlich schnell was gibt es denn hier noch landscape hat man schon kann man einfach ausprobieren was es da gibt und was man da eben so alles machen kann jetzt noch kurze paar dinge die es zu beachten gibt wenn man nach solche lats sucht findet man massig frei verfügbare lats im internet wie gesagt ich setze links unter in die video beschreibung wo ich meine her habe oder welche ich gut finde kannst du gucken ausprobieren aber nicht alle von dieser lats funktionieren problemlos mit dat table es kann eben sein dass eine ganz tolle beschreibung von so einer lat datei hast aber die dein bild dann nicht so verändert wie es beschrieben wurde das kann eben passieren und liegt daran dass dat table einfach mit dieser lat datei nicht zurecht kommt und wichtig ist auch dass diese lats auf unbearbeitete bilder angewendet werden also jetzt gerade bei der raw files nicht zuerst ein stil oder irgendwas drüber jagen und dann dieses dieses lat oder diese lat datei sondern möglichst als erstes die lat datei drauf geben weil es kann sonst zu uns schöne farbe oder zu uns ja zu uns schöne farbeffekte kommen also darauf achtet zuerst diese lat datei und dann kann man immer noch über farb balance gehen wir hier mal lebendige farbe dann kann man da noch die farbe anpassen nicht umgekehrt und wie gesagt ich nutze das für meine shakepack bilder um ihnen am ende einfach noch das gewisse extra zu verleihe oder mitzugeben und dann hoffe ich mal dass du mit dem video und den latz was anfangen kannst ich wünsche dir ganz viel spaß beim ausprobieren und beim testen und wie immer freut es mich wenn dir mein video gefallen hat und du mir dafür einen daumen nach oben gibst natürlich freue ich mich ebenso über einen kommentar von dir ansonsten wünsche ich dir eine gute zeit viel spaß weiterhin mit dark table bleib gesund sonnige grüße und tschüss